es sind sowieso quest teile jaja aber wir müssen doch erstmal unsere alle unterhaltig was kann man da ja auch abgeben hast ja eben alle quellsteinerze können wir einfach runter ja das geht ok hast du alle quellsteinerze ja ja gut dann lohnt sich das ja auch dann können wir das da ja wirklich alles abgeben ich weiß nicht ob es geht geht muss hier wer ist der hohe und niemand gibt mir befehle nicht so als er gerade erheben temporalfluss in der Grubenbühle muss aktiviert werden und ich muss massige Druckbilder besiegen und ich muss geist anima von launischen geistern der geist einmal so wie er so doppelt gemoppelt halb an die wager ist spirit oft erst jürgen wo bist du ich stehe hier oben und will eigentlich gerade beiden Waffenrock der Wiedergeburt ausrüsten was jetzt auch gemacht habe ich hab Kleidung der Wiedergeburt und ich hab noch die Vagabundenkniehose die ist um sieben Rüstungen besser als bei vorherige Hose ja so wo müssen wir denn hin ich weiß es nicht die hier haben wir ja alle Quests scheinbar angenommen ich würde mal fast vermuten dass wir ihn hier lang müssen ich glaube diese fetten Kreise auf der Karte zeigen uns an wo wir lang müssen das ist praktisch oh Gott da ist ein massives Trugbild das ist der Slenderman das muss ich vernichten oh mein niederer Ernst was auch immer rennt da auch schon drauf zu und hat's besiegt geil zusammen mit dir da bekommen wir Techno Techno Schrott Technokraten Techno Schrott ich muss Geist anima sammeln ist das was da rum ich nehme mal an das bekommst du von den launischen Geistern also diesen vier schwebenden lila Kugeln Patrick wusstest du dass lila die Farbe der ungefriedigten Frauen ist? äh da kann ich nur sagen geil ich muss hier grad kämpfen wie ein Mann tut mir leid so tut ja tut dir sehr leid das kann ich verstehen dass dir das leid tut mhm so mhm 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 ich denn da ich muss ein massiges druckbild für mich denken steht auch schon ein ja das ist auch noch was er getrunken da ist wieder eins alles gerade nicht so viele anwesend könnten ja natürlich auch erst mal ich glaube das kriegen wir nicht mehr gehen wir doch mal in diese hülle rein das hab ich gar nicht bekommen was ne scheiße in der höhle sind auch massig getrunken will natürlich ist auf jeden fall 1 weil hier sind mehrere hier sind mehrere keine panik so ich habe eins bekommen und was droppt das für mich entrückte Reue ich glaub's nicht Junge wo bist du schon wieder hingeworben ich bin in die Höhle reingegangen weil da sind ganz viele massige druckbilder drin weißt du demnächst auch wo der temporale ich nehme mal an tiefer in der Höhle wäre jetzt mal meine Vermutung weil das ist doch bei solchen Spielen immer so du musst immer an die Ende der Höhle laufen um das zu bekommen was du haben willst ja weil das logisch also das nächste Spiel was wir in Let's Mew anspielen werden wird ich nenne es mal abwechslungsreicher sein als hier ähm Gott warum sterben die so schnell wo muss ich jetzt den Temporalfluss aktivieren weil die so gekillt würde scheint hier ja schon zu Ende zu sein ah da müssen wir hier müssen wir den Temporalfluss aktivieren ja da leuchtet was bei mir auf der Map und wie machen wir das? ich hab einfach rechtsklicken drauf was ist gemacht? das passiert bei mir nix das müsste leuchten so also äh ich muss jetzt noch endlich bei bei mir ist da nix ich muss jetzt bei allen Quests zurückkehren hä was ist das denn? doch 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 genau genau ich möchte mir aber noch mal angucken was hier los ist das blitzt hier so schön Lennart nicht! du läufst in das Licht! ich frag mich ob hier noch irgendwie mehr passiert redet der mit uns? redet der mit uns? ah! der ist plötzlich groß geworden hast du es gesehen? die Macht des Quellsteins durchströmt ihn Regulos euer Fluch ist gebrochen ich wurde von den Ausarbeiten freit äh rastet der jetzt aus oder? scheinbar ja ja verschwinden wir mal zurück nach äh Endlicht ne Endlicht Endgicht doch Endlicht Endlicht war schon richtig Endgicht Endgeilgicht so ah ich find' gut dass ich während ich die Map geöffnet hab trotzdem laufen kann hehehehe ich bin so ultraschnell es ist unglaublich warum weil ich mein ich halte es für meinen Rasseskill aktiviert haben ich glaub ich nehm Drogen ich glaube nicht dass ich Drogen Euphora eben nimmt keine Drohung mehr, dass es geht. So, gebe ich immer die Quests ab. Sonne im Gesicht! Sonne im Gesicht! Boah, ich hatte mal einen Stufenaufstieg hinter mir. Gut, dass ihr da seid. Möge die Welt morgen noch existieren. So, ich bekomme auch die Rohlederstiefel der Wiedergeburt. Wir müssen den fehlenden Resonanzkondensator einsetzen, Patrick. Der fehlende Resonanzkondensator. Aber hier gibt es auch noch eine neue Quest. Die Wahrheit, ich habe Arbeit für Auserben. Wo ist eine World Quest, was? Hier, da gibt es eine neue. Da müssen wir eigentlich einfach nur die Leute umbringen. Aber ich check nochmal mein Inventar aus, weil da habe ich noch so Gutes drin gehabt, den ich jetzt ausrüsten konnte. Also ich finde das Spiel irgendwie intuitiver als Alice, muss ich sagen. Inwiefern? Ich weiß sofort, was ich klicken muss. Beziehungsweise sehe ich sofort, dass irgendwie das Item besser ist in meinem Inventar und kann das sofort angehen. Ja, bei Alice ist das ein bisschen komplizierter. Hier. Komma hier. Und irgendwie habe ich das Gefühl, aus Stärke zu sein. Beziehungsweise die Viecher schneller zu kippen. Bei Baum. Jetzt muss man kurz ins Team jemandem was schreiben. In Steam. So. Ja, dem guten alten Ever. Ja, dann laufen wir immer weiter. Evolution? Weiß schon, dass uns das jetzt gerade ganz viele Abonnenten kosten wird. Evolution. Evolution. Äh, ja. Äh, wo bist du nur? Ah, du läufst mir hinterher. Wunderbar. Warum hast du einen Kelari-Geistbegleiter? Warum hast du einen Kelari-Geistbegleiter? Warum hast du hier so ein komisches 4 am Start? Das ist mein Elementar. Nein, nein, nein. Diese 4-Punkte-Geist. Aber ich glaube, hier müssen wir gar nicht hin. Wir müssen hier runter. Scheiße. Hüpf mal ins Schluckloch. Oh fuck. Entdeckt's. Klumpenkuhle. Hier sind böse, böse Wächter. Also die Klumpenkuhle finde ich ziemlich cool. Ich helfe dir mein getreuer Freund. Irgendwie seine, äh... Seine superkrasse Rüstung hilft ihm jetzt auch nicht so viel. Ja, Patrick, du bist halt echt OP. Merkt man schon. Gott, wie die stöhnen, wenn die sterben. So, hier gibt's aber die ganze Zeit nur Geld. Und du Monster schnappst mir die ganze Zeit Geld? Oh, da gibt's Hauptmann Trace. Oh fuck, jetzt greift... Hier greift mich drei auf einmal an. Patrick, ich brauch deine Hilfe. Kann grad nicht. Einer ist tot. Hier hier den Sarge, den will ich auch noch gleich mal entköpfen. So. Hier gibt's ja nicht mal Geld, was ist denn die Welt. Oh Patrick, was hast du gemacht? Was sind da los? Oh, ich krieg ja wirklich Schaden. Äh... Ich versuche hier erstmal den... Oh Patrick, Patrick, renn lieber weg. Nein. Fuck. Ich sterbe ja gleich. Ich versuche ihn zu töten. Aber... Oh nein, Patrick. Also ich hab ihn ja weg. Ihr seid gestorben, ihr habt folgende Auswahlmöglichkeiten. Ersten Seelenwanderung an euren derzeitigen Schaden. Hey, hey, bitte, ja. Beim nächsten freundlichen Einstiegspunkt... Als Geist neu ins Spiel einsteigen. Was soll ich machen? Ähm, ich möchte wissen, ob ich den Streitkolben effektiv halten kann. Na, was soll ich machen? Äh... Mach mal beim nächsten freundlichen Einstiegspunkt. Ich glaub, da bist du wieder in diesem... Patrick! Ich will jetzt den Streitkolben haben. Ah, fuck, was soll ich jetzt machen? Drück, dass du den Streitkolben nicht haben willst. Wunderbar. Was muss ich denn jetzt machen? Ähm, hierher kommen. Ja, ich weiß, das ging jetzt einfacher als ich dachte, aber... Du müsstest doch jetzt... Ja, genau, du bist jetzt wieder da oben. Du läufst jetzt wieder in dieses Loch runter. Cool, ich kann den Streitkolben sogar benutzen. Oh, das funktioniert sogar. Habe ich jetzt irgendwas verloren? Äh, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie ein bisschen Erfahrung oder so. In die Steuerungskonsole des Quellsteilen. Ah, shit. Achtung, kommt ein Eiferer von der Seite, aber ich hau ihn kaputt, Patrick. Ich hau ihn kaputt für dich. Ich bin schon einmal gestorben. Ja, das ist eigentlich nix ungewöhnliches für dich. Ähm, bitte? Hey, Moment mal. Genau die gleiche Maschine stand doch schon in dieser Höhle. Also hätten sie schon ein paar mehr Models... Wie, wie, wie soll ich das machen? Wie soll ich dieses Resonanz-Ding ins Öffnen? Ähm, ich muss das Spiel mal neu starten. Also, von daher, kurze Aufnahme... Pause. Okay, bis zum nächsten Mal.